Dabei soll das Spiel eigentlich ja die Angst nehmen. Spinnlexperte Harald Endig setzt als Coach auch auf Konfrontationstherapie. Bei dem therapeutischen Spiel allerdings bleibt auch er... Ja, ich weiß, es ist ein Bier. Doof. Aber die Wirklichkeit, eine Konfrontation zu einem Tier, da muss man beibleiben. Man muss sich darauf konzentrieren. Seine Taktik ist es deshalb, ängstliche Menschen direkt, aber langsam mit Spinnen zu konfrontieren.